In meinem heutigen Video soll es um den perfekten Bikini gehen. Ich persönlich habe immer riesige Probleme, für mich den perfekten Bikini zu finden. Ich kann mein Bikini nicht einfach bei H&M kaufen, weil ich einfach finde, dass sie wirklich eine schlechte Passform haben. Ich weiß nicht, ob ich persönlich einfach ein sehr komischer Figurtyp bin oder ob die Bikinis einfach so... ...kacke, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, geschnitten sind. Und deswegen habe ich bis jetzt meine Bikinis meistens bei Hunkermelow oder so gekauft, weil die einfach, ja, besser sitzen. Und ich finde auch wirklich, dass so Bikinis von H&M ganz, ganz hässliche Brüste machen. Ich finde, die drücken die immer platt und dann sehen die noch kleiner aus, als sie so schon sind. Und ich finde, das macht einfach keine schöne Figur und das sieht einfach komisch aus. Deswegen habe ich so ein bisschen im Internet gestöbert und ich bin auf einen Shop aufmerksam geworden, der sich Surania nennt. Wenn ich das Ganze richtig ausspreche, was ich wahrscheinlich nicht tue, aber ich verlinke wie immer alles unten in der Infobox. Und in diesem Shop kann man sich sein Bikini selber zusammenstellen. Man kann zwischen verschiedenen Stilen wählen. Man kann, ja, die verschiedenen Stoffe wählen, die man gerne haben möchte. Verschiedene Farben und was ich besonders gut fand, man kann da wirklich seine Maße eingeben. Heißt, man kann auch wirklich davon ausgehen, dass der Bikini im Endeffekt auch passt. Ich kann euch ja mal zeigen, wie mein Bikini aussieht. Und zwar sieht er so aus. Hat hier eben so tolle Rüschchen. Und das Höschen schaut so aus. Also ich habe mein Unterteil sowie mein Oberteil vom Stil her gleich gemacht. Ich fand das einfach sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich habe wirklich richtig lange gebraucht, bis ich mich entscheiden konnte, was für verschiedene Stoffe ich nehme. Weil es einfach so viele tolle Sachen gab, dass ich mir so ein bisschen unsicher war. Aber im Endeffekt ist es dann dieser geworden und ich bin damit so zufrieden. Das sieht so, so schön aus. Ich finde einfach, der sieht so toll aus und der fühlt sich auch wirklich gut an. Was ich natürlich dazu sagen muss, man kann das Ganze von den Preisen her überhaupt nicht mit H&M oder so vergleichen. Das ist natürlich etwas höherpreisiger. Ich glaube, meiner war so um die 67 Euro. Also nicht ganz so günstig. Aber ja, dafür sitzt der halt auch einfach schön. Und ich persönlich fühle mich in diesem Bikini viel, viel wohler als in irgendeinem billigen H&M-Bikini, der einfach nur schlecht sitzt. Der Versand dauert ca. 15 Tage. Steht, glaube ich, auch so auf der Seite. Und bei mir waren es auch wirklich genau 15 Tage, bis der Bikini dann ankam. Versandkosten innerhalb von Deutschland, ich meine 7,95 Euro oder sowas. Und ab einem bestimmten Bestellwert dann umsonst. Aber ich meine, das sind 75 Euro oder sowas. Oder 80. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber wie gesagt, das ist alles unten in der Infobox verlinkt. Und ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal, ja, schön daneben gegriffen. Und zwar hat das Oberteil mir irgendwie nicht gepasst. Es war einfach viel zu knapp. Und ja, ich war dann richtig, richtig traurig, weil ich mich einfach so auf den Bikini gefreut habe. Aber ich habe den Shop dann angeschrieben. Und ja, mitgeteilt, dass das Oberteil irgendwie nicht sitzt. Dass es einfach zu knapp ist. Und ja, der Shop hat richtig, richtig toll reagiert. Hat mir sofort geantwortet und geschrieben, das ist kein Problem. Ich soll dann einfach nochmal die Maße durchgeben. Und ja, oder einfach sagen, ob es größer oder kleiner sein soll. Und dann wird mir einfach das neue Oberteil zugeschickt. Und ich habe mich riesig, riesig gefreut. Es ist jetzt vor kurzem angekommen. Und es sitzt dieses Mal wirklich gut. Ich muss aber dazu sagen, die Sachen sind wirklich ein bisschen knapp. Also wenn man persönlich das bedeckter mag, dann sollte man vielleicht darauf achten, dass man doch eine Größe größer bestellt. Aber ansonsten, ja, es ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Ich wollte einfach einen schönen Bikini haben, wenn ich jetzt in den Urlaub fliege. Und jetzt habe ich den perfekten Bikini gefunden. Und man kann, wie gesagt, auch zwischen verschiedenen Stilen wählen. Also man kann sich genauso gut ein Triangel-Bikini machen oder ein Bikini mit Bügeln oder sonst was dergleichen. Also da habt ihr ganz, ganz viel Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt euch auch einfach nur ein Oberteil machen oder einfach nur ein Unterteil, wie ihr gerade Lust habt oder was ihr gerade braucht. Und man kann sogar Badehosen für den Freund gestalten, wenn man das gerne möchte. Und ja, ich weiß nicht, was ich euch jetzt sonst noch groß erzählen soll. Ich wollte euch das Ganze einfach gerne mal zeigen, weil mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und auch qualitativ wirklich gut ist. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt die doch gerne unten in die Kommentare. Und dann hoffe ich, wie immer, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!